Der bittende Freund. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das sind Sam und Henry. Sam und Henry sind gute Freunde. Eines Nachts bekommt Sam Besuch und möchte diesem etwas zu essen anbieten. Er schaut in den Kühlschrank, doch da ist fast nichts mehr da. So geht Sam zu Henry und fragt ihn, ob er noch etwas Brot für seinen Gast hat. Henry ist zwar verwundert über den späten Besuch, gibt Sam aber gern etwas, weil Sam sein Freund ist. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um seinen Freunden deutlich zu machen, dass Gott uns geben wird, worum wir ihn bitten. Weil er unser Freund ist.